Liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger, ich grüße Sie ganz herzlich im Namen vom Rat der Muslime Braunschweig. Wir haben leider bisher 24 Todesfälle aufgrund von Covid-19 hier in Braunschweig und aktuell über 400 Infizierte. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den Angehörigen mein herzliches Beileid auszusprechen. Den Erkrankten wünsche ich schnelle Genesung. Auch ich habe vier verwandte Menschen in der Türkei verloren. Zwei Gemeindemitglieder hier in Braunschweig in der Region sind verstorben. Und ich möchte keinen mehr hier in Braunschweig verlieren. Deswegen müssen wir uns alle bitte an die Regeln halten. Maske, Abstand, Desinfektion und die Kontakte reduzieren. Das ist ganz wichtig. In den Gemeinden vom Rat der Muslime konnten wir unsere religiösen Feiertage sowie Kulturveranstaltungen leider nicht so erleben wie früher. Wir mussten halt vieles absagen. Das war notwendig. Die Prioritäten sind nun mal jetzt andere. Wir müssen unbedingt zusammenhalten. Wir müssen positiv nach vorne schauen. Und mit Geduld und Solidarität erreichen wir das auch. Braunschweig hält zusammen. Jetzt. Und für unsere türkischen Mitbürger und Mitbürgerinnen sage ich Braunschweig birbirine balader şimdi. Wir müssen pharmenden, die Minuten wieder verlieren. Ja, wir müssen die Mitbürgerin aufhören. Sovielpersonen hat uns zum Beispiel. Und bitte passt, sie counter und sch Nine